Yo Leute, DopeDampferTVs wieder hier und ihr seid hier zum 1000 Abonnenten Special Angelangt, wie ihr vielleicht sehen könnt, es läuft im Hintergrund, wo ich jetzt eigentlich bloß laber, eben Call of Duty Advanced Warfare, ein bisschen Snipern, ging, ja passt schon bei frei für alle, Snipern eigentlich fast alle, das ist schon cool, aber ich bin da jetzt nicht so der Oberbabo und ja also eigentlich wollte ich da was anderes verwenden, nämlich wo wir einfach mit dem Skateboard ein bisschen fahren, damit ich dazu da was labern kann, aber ja, Wir sind jetzt mittlerweile 1000 Leute, das ist wirklich ziemlich krass und ich kann es immer noch nicht verstehen, auf jeden Fall von uns ein riesen herzlich großes Dankeschön von Manu und mir und ich habe jetzt ein bisschen was vom Best of zusammengeschnipselt, ist eigentlich fast bloß Gaming, meistens bloß BattleBlog, da passiert halt eigentlich das Witzigste in Anführungsstrichen und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß und ja. Und es erinnert mich wieder ein bisschen an Halo hier gerade, weil ich gerade vorne lieg, aber ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich wieder voll irgendwie aus irgendwelchen Gründen zurückgeschlagen. Und du nimmst einen Löffel. Ich hab auch ein Scharfschützengewehr. Echt? Ja. Oder snipen, oder? Ja, wieso nicht? Ich mach jetzt ein Quickscope 360 No-Scope, das wär's jetzt. Wo bist denn du? Nein! 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 Achso, und jetzt da hinten dagegen jumpen. Ah, ja! Ah, ja! Ah, und jetzt musst du den Scheißding da wegmachen. Oh, ne, die ganze! Ja, okay. Passt, ey. Warte. Ähm, ist glaub ein bisschen windig, deswegen... ...und dann könnt ihr so tun, als würdet ihr's trinken. Boah, nee! Die fette Bartel! Warte. Macht der nichts aus! Warte. Geh weg, geh weg! Boah, nö! Pff, das macht der nichts aus! Hör auf, auf! Ja, alter! Hier! Stierkampf! Boah, nö! Du musst immer auf deren Kopf! Und dann... Ja, mich schnappt der sofort! Das ist der Wettkampf! Ach, da kannst du drauf rumholen! Boah! Ja, okay, gehen wir weiter! Boah! Der wird... Achso! Der hat voll Hunger! Ja! Die fette Bartel! Hör auf einfach weit... Was ist mit denen los? Was ist mit denen los? Hör auf! Ah! Mann wird auch ausnahmsweise mal was kapiert! Warte! Jetzt fehlt wieder ein! Du musst es einfach bloß vorschieben! Warte! Bist du behindert? Nein! Wie denn dann? Den fucking... Ach, den! Ja, ja! Warte! Nee, aha, ja! Gut! Ach, ich bin der fucking Dynamithead! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Ich habe ein bisschen was zusammengeschnipselt eben, wie gesagt! Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste gemeinsame Zeit! Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da! Da war wirklich viel Arbeit! Und ja, wir sehen und hören uns! Bis die Tage! Ciao! Hau. Hau! Hier hab ich euch Què know?